Happy Birthday, Abadar Jonas. Happy Birthday, Fafor Esse. Happy Birthday, Muhammad Mukhtar. Happy Birthday, A.K.S.K. Happy Birthday, Ubiol Ubiol. Happy Birthday, Mironion Foy. Happy Birthday, Seraphine Baigar Lokwar. Happy Birthday, Tuhibul Eskar. Happy Birthday, Salanda Ram. Happy Birthday, Ali Akbar. Happy Birthday, Mustak Mulik. Happy Birthday, Christian Cihombin Esam. Happy Birthday, Nis Nabuni. Und ich spiele heute mal wieder Free Fire. Was genau, weiß ich noch nicht. Also viel Spaß. Ich habe mich für Clash Squad entschieden. Und. Und. Okay. schon auf das gewehr geklaut gut dann schauen wir mal was können wir hier holen und da war die hier laufen laufen was war das kein dauerschuss gemacht nur einzeln schuss war ja was gibt es doch nicht gut ok haben wir den nehmen wir jetzt ja Nicht gut von mir, aber ein Kill, wenigstens eins. Ich brauche noch 15 kills heute, also jetzt nur noch 14. Leichte Spritzer ein bisschen zu früh geholt, aber egal. Es wird schon alles gut. Okay. 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 Schon fertig? Na ja, ich habe zwei Kills. Jetzt brauche ich nur noch 13. Na ja, ok, gut. Meine Likes verteilen. Das war glaube ich jetzt gerade ganz schlecht. Hm, nur 1000. Oh, ich verdrosse mir zwei Besten mit Schaden. Jo. Dann sag ich mal, bis gleich. Zweite Runde geht los. Ich kaufe mir wie immer erstmal meine Rüstung und Pilz. Warte, bis einer stirbt und klaue dann seine Waffen. Oh, ich tue es. Oh, ich tue es. so war für schnell geklaut 2 kills 1 kill oh eine mp5 endlich mal wieder meine lieblingspistole ich bin so selten ich gehe jetzt hier hinten ran ich gehe mal in anderem ich gehe mal in ich gehe mal in anderem ich gehe mal in anderem ich gehe mal in anderem das ist halt so ok jetzt nehmen wir die Spritze erst für die komplette Ausrüstung verbessern hier gibt es Ressourcen ich will es ich will es ich gehe mal in die du ich du 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 Das war's für heute. weiter so red barter weiter so ich lasse langsam das 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 Okay, jetzt einmal kurz reparieren und halmen wir uns auch gleichseitig. Oh, schon dauernd. Na gut, fangen wir auf die Uhr. Alles bisschen schnell. Beste Spieler. Team Borja ist hintereinander. Siehmal gewonnen hintereinander. Keiner kriegt. Gut, dann sage ich mal noch eine Runde. Okay, die letzte Runde für heute ist entgangen. Zack, zack. War ich mal mit 12 kills eigentlich schon? Mit 15 kills insgesamt? Glauben. Wenn nicht, wird knapp. Sprech doch bitte nicht auf den Kopf herum. Hm. Mensch. Ich träumt. Ich habe geschlafen. Ich habe noch die Tasten gesucht. gut. Nice, nice. Okay, jetzt. In der Runde ist zwar ein bisschen scheiße, die MP5. Weil die meisten laufen oben rum und da brauchst du ein Scharfschützengewehr. Sonst kriegst du die da oben nicht runter. Wenn nicht oben hin rein mit der MP5 muss ich erst so nah ran. Da haben sie mich schon abgeknallt. Also. Ich weiß nicht. Hier rein laufen ist auch scheiße. Bin nicht weiter genug. ich habe überlebt dadurch habe ich meine alten sachen wieder aber gut war es gerade nicht ok ich habe Okay. 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 Jetzt? Das aber aufwerten. Ja. Ja. Okay. 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 First Blood Double Kill Double Kill Triple Kill Schön, nice Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute, ich verteile noch meine Likes und dann war's das. Okay, die Runde weiß ich wieso nicht sehr gut, außer die letzte gerade. Schauen wir mal drück da, drück da. 1398 war trotzdem der Schammi da. 2. Beste Spieler, ne, warte mal hier, hört doch besser. Na, okay. Egal. Vielen Dank für's Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr euch dabei seid. Bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Bis dann. Bis dann.